hallo ihr lieben und willkommen zu einem neuen auswahl orakel heute habe ich euch wieder zwei stapel vorbereitet und es geht darum wir schauen ob du auf dem richtigen weg bist vielleicht brauchst du gerade einen neuen impuls eine neue perspektive wenn du dich von einem stapel angesprochen fühlst findest du das hier vielleicht und ja wie immer spüre rein nimm dir gern noch einen moment zeit die zeitstempel verlinke ich dir unter dem video genau wie die ganzen karten die ich hier benutze und dann würde ich sagen legen wir los mit der nummer eins hallo gruppe nummer eins du hast dich hier für den kristall den quarz entschieden und die karte sagt atmen ist immer gut lassen erst mal so liegen und dann schauen wir ob du auf dem richtigen weg bist ob du vielleicht gerade einen blinden fleck hast irgendetwas vielleicht falsch einschätzt oder falsch siehst oder was auch immer sich dir heute hier zeigen möchte erst mal zwei karten aus diesem stapel da sieht es schon mal anders aus also hier haben wir deutlich die blockade und das thema ja nicht richtig sehen können wo es jetzt lang geht und dann nämlich zusatzkarten was solltest du jetzt tun was solltest du lieber lassen was bringt dich jetzt weiter ok also hier liegt auf jeden fall schon mal sehr viel unklarheit und hier mit der karte atmen ist schon ganz klarer hinweis dass es wichtig ist dass du mehr in die meditation gehst oder dich mehr mit die beschäftigt in deinem energiefeld bleibst und dich nicht so von äußeren umständen ablenken lässt und vor allem nicht zu sehr von deinen gedankengängen und mehr auf deinen deine emotionen hörst auf deine wahrnehmung auf deine intuition und genau das verstärkst du wenn du in die meditation gehst regelmäßig weil wir haben wir zweimal die wolken die blockade was ein sehr sehr verkopfte energie ist man will vielleicht auf teufel komm raus irgendetwas verändern aber du merkst wahrscheinlich dass du hier gegen geschlossene türen rennst und genau deshalb ist aufgefordert einen schritt zurück zu gehen und dich etwas mehr zu gedulden ich weiß wir lieben alle die geduld aber das ist wirklich das thema und erst wenn du ganz klar den nächsten schritt gehst dann ja gehst du von auto ja wie soll ich sagen also ich nehme mir gerade so war dass diese ketten dann von alleine sprengt du weißt dann ganz genau welchen schritt du gehst und das ist eine andere energie als hier aus aus einem mangel aus einer not heraus etwas verändern zu wollen obwohl noch gar nicht der richtige zeitpunkt dafür ist und wenn der richtige zeitpunkt da ist wenn du das wissen hast wenn du es klar siehst dann gehst du automatisch in die richtige richtung aber ich glaube aktuell ist nicht der zeitpunkt etwas erzwingen zu wollen ich glaube gerade bist du eher dazu aufgerufen zu vertrauen in die ruhe zu gehen und zu warten bis du ganz ganz klar den nächsten schritt sie ist und wenn du den ich klar sie ist dann ist jetzt auch nicht an der zeit diesen schritt zu gehen genau und das sagt die untere reihe auch also geh erst in den rückzug verbindet dich mit deiner intuition und erkenne wann du den nächsten schritt ganz klar sie ist und alles andere ist diese kontrolle und kontrolle stammt ja aus der angst wir wollen etwas verändern wir wollen kontrolle über eine bestimmte situation haben aber das ist nicht der richtige zeitpunkt um etwas zu verändern und dann treffen wir meistens auch die falschen entscheidungen aus einem impuls heraus aus einem ja aus angst etwas zu verpassen aus angst ja zurück zu bleiben oder was weiß ich was dich hier triggert den nächsten schritt gehen zu müssen obwohl die zeichen dafür stehen dass es gerade nicht an der zeit ist diesen schritt zu gehen also wie gesagt hier geht es darum in die ruhe zu gehen darauf zu vertrauen dass wenn es an der zeit ist etwas zu verändern wenn es an der zeit ist den nächsten schritt zu gehen dass du dann auch ganz genau sehen wirst was du tun musst ja dolomit erdung ausdauer du verlierst dich hin und wieder dolomit lässt sich authentisch sein der stein gibt dir vertrauen stabilität und ausdauer dein handeln wird spielerisch ja und der baum steht ja auch für für die erdung und ja wenn wir nicht geerdet sind wenn wir nicht dieses urvertrauen haben dann sind wir natürlich dazu verleitet in diese impulsive energie zu gehen und etwas kontrollieren zu wollen weil das überhaupt nicht aus der inneren ruhe heraus heraus kommt man fühlt sich hier getrieben und das ist die falsche energie etwas zu tun erst aus der ruhe heraus sind wir in der lage richtige entscheidungen zu treffen die uns auch weiter bringen hier mal das duftfeilchen die liebliche verletzungen sind ein teil des lebens manche manche bleiben den namen ob seelisch oder körperlich bestimmen unser leben wenn sie zu sehr im vordergrund stehen der name viola bedeutet die verletzte damit zeigt dir das feilchen den weg deiner heilung und des neubeginns ja der baum steht ja auch für heilung und gerade ist es bist du noch eher in der heilungs energie ist braucht noch ein bisschen du musst noch ein bisschen deine erdung stärken dein urvertrauen und dann wird das ganze auch spielerisch dann erkennst du ganz genau was du tun musst aber du bist gerade nicht in der richtigen energie wenn wir nicht klar sehen können dann sollten wir auch kein keine entscheidung treffen transformation die raupe wird zum schmetterling ja genau das gleiche der frieden und die ruhe in dem kokon bereiten die raupe für die veränderung vor vertraue deinem weg es sieht so aus als ob du ja am ende angekommen ist als ob du als ob sich nichts mehr tut aber genau das ist der punkt wo die raupe quasi zum schmetterling wird deswegen ausdauer vertrauen und rückzug sind gerade eher deine themen als aktivität als etwas erzwingen zu wollen und darauf darfst du vertrauen dass gerade alles gut ist wie es ist dass du gerade nicht aktiv etwas verändern muss sondern in die heilung gehst in den rückzug in die meditation dich mit deiner intuition verbindest und dann wirst du merken wann es wieder an der zeit ist etwas zu tun die balance spricht auch noch mal von derselben energie harmonie bereit zu empfangen einheit des universums das ewige wissen und das empfängst du auch nur wenn du in der ruhe bist wenn du geerdet bist wenn du mit einer intuition verbunden bist es gibt atemtechniken arten übungen meditation falls du damit noch nicht so vertraut bist es gibt unendliche unendlich viele youtube videos die kannst du dir angucken und das vielleicht täglich irgendwie deine routine einbauen damit du hier zur inneren ruhe kommst und erst aus dieser energie macht es sinn den nächsten schritt zu gehen und dann ist dieser schritt auch von ja bitte auch von erfolg gekrönt sein ertrag einbringen zuwachsfülle belohnung erhalten bereitschaft das was wir gesät haben zu empfangen ja und das geht halt auch nur wenn wir dem samen auch die zeit geben zu wachsen und auch vertrauen dass wir jetzt alles getan haben damit hier irgendwie etwas zustande kommt immer noch mal den anker ja habe vertrauen und wähle den optimismus also sei optimistisch also ganz ganz viel vertrauensenergie kommt hier raus du musst jetzt nichts kontrollieren du musst nichts verändern du darfst jetzt vertrauen und hier haben wir noch das fernglas ja schau genauer hin vielleicht guckst auch zu weit in die ferne und du siehst deinen fortschritt noch nicht richtig und du fokussiert dich vielleicht irgendwie auf das falsche ziel oder beziehungsweise kannst gar nicht wertschätzen was du schon alles erreicht hast wo du stehst und was sich schon alles verändert hat und dadurch fühlst du dich vielleicht auch getrieben weil du das gefühl hast du kommst nie an aber das ist ja irgendwie die falsche energie immer noch das thema vergebung vielleicht gibt es da noch ein thema ich weiß nicht ob du dir vergeben musst weil du vielleicht in der vergangenheit mal falsche entscheidungen getroffen hast und daraus jetzt vielleicht auch diese angstenergie stammt dass du angst hast dass schon wieder irgendetwas schief geht oder schon wieder irgendwie du nicht dahin kommst wo du hin willst und das verstärkt auch diese fomo energie dieses angst haben etwas zu verpassen oder angst haben nicht zur richtigen zeit am richtigen ort zu sein aber wie du siehst das stammt ja alles aus dem fehlenden ufertraum aus der fehlenden inneren sicherheit und genau das möchte sich hier gerade aber integrieren hier immer noch die ich präsenz licht körper aktivierung zugang zum göttlichen im inneren ja es ist auch wieder diese verbindung zu deiner inneren weisheit zu deiner intuition und wenn du da gefestigt ist dann kannst du entscheidungen aus nach viel viel stärkeren ruhe heraus treffen und genau diese entscheidungen bringen dich auch weiter aber wie gesagt gerade sehe ich nicht dass du etwas tun muss ich glaube du hast schon sehr viel getan und jetzt gerade ist noch so ein bisschen die rückzugs energie sich neu zu sammeln neu zu regenerieren themen in die heilung zu bringen und dann wirst du ganz ganz klar merken was der nächste richtige schritt ist räume auf öffne deine fenster ja reinige deine räume genauso aber auch deinen ja dein haus deinen geist ja gerade ist er so die aufräumenergie macht er ja schau dir an was du für gedanken hast welche negativen gedanken weil wir haben ja auch hier wähle den optimismus welche negativen gedanken dich immer wieder irgendwie zurückhalten oder diese angst fördern dass du nicht im vertrauen bist weil genau das möchte sich hier auch transformieren ja glaube an dein glück und hier schütze energie du hast lange zeit ein bestimmtes ziel verfolgt und wie gesagt der same ist bereits gesät und es braucht das nur ein bisschen geduld bis du hier erkennen kannst dass das ganze auch früchte tragen wird aber dafür ist es auch wichtig zu vertrauen und diesen samen einfach auf den raum zu geben zu zu wachsen glaube daran dass es gut wird das ist eigentlich sehr schöne bestätigende karten ja und hier noch mal die stärke du bist stärker als du denkst und ich nehme die ganze deswegen die karte atmen du darfst jetzt ausatmen du darfst dir auch mal ruhe gehören du darfst jetzt erst mal entspannen und darauf vertrauen dass jetzt alles in die richtige richtung geführt wird und auch hier mit dem werk nämlich weil du bist du hast alles getan und gerade gibt es nichts großes zu tun außer zu vertrauen loszulassen dinge aufzuräumen die noch aufgeräumt werden müssen und dann einfach zu entspannen und diese transformation hier irgendwie abzuschließen also eigentlich eine sehr schöne energie was ziehe ich noch abschließend ich glaube ich mich da nicht hier raus was gibt es hier noch abschließend zu sagen wenn es ein buch gibt dass du gerne lesen möchtest das aber noch nicht geschrieben wurde dann musst du es schreiben ja dass auch so die energie lebt das leben wie du es leben möchtest und ja wir haben ja hier auch das buch bleibt deinen eigenen visionen treu und vertraue darauf dass du alles manifestieren kannst was du dir manifestieren möchtest und schreib du dein eigenes buch also bitte dich jetzt gesprochen ich habe das gefühl dass super viele möglichkeiten hier haben wir ja auch das kleeblatt wenn du es dir selbst ein bisschen leichter machst und hier ja auch diese härte so ein bisschen raus nimmst in die entspannung gehst und darauf vertraust und dieser energie wird alles automatisch leichter weil wir können eh nicht alles kontrollieren wir können die richtigen schritte gehen und ich habe das gefühl dass du das in der vergangenheit auch oft getan hast aber ich glaube du hast wenig geduld und wenn sich nicht direkt die erfolge einstellen zweifelst du an dir versuchst neue entscheidungen zu treffen anstatt den dingen ihren lauf zu geben und optimistisch zu sein dass du hier deinem ziel näher kommst und das haben wir ja hier schon liegen also eine sehr schöne botschaft du kannst es vielleicht noch nicht ganz wahrnehmen und ja wie gesagt arbeite an deinem vertrauen meditiere mehr damit du in diese ruhe kommst geh in die natur um dich zu erden und dann gibt es hier nicht viel zu tun okay ich hoffe du kannst damit anfangen ich freue mich wie immer über deinen kommentar deinen daumen nach oben sagt danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal hallo stapel nummer zwei du hast dich hier für den krisekoll entschieden und die karte steht für die einfachheit das lassen erst mal so liegen und wir schauen uns auch bei dir an bist du gerade auf dem richtigen weg was kannst du jetzt tun was solltest du lieber lassen was ist jetzt wichtig für dich das bringt dich jetzt weiter da haben wir den anker und den bären am unteren deck die mehr jungfrau und noch zusatz karten also ich nehme ja sehr viel stabilität war deswegen habe ich das gefühl dass du auch ja dass du glaube ich an deiner unsicherheit gearbeitet hast da haben wir das kleeblatt und die rosa rote brille und noch mal den bären die lilien die mehr jungfrau und die wege ja und das thema unsicherheit zeigt sich hier noch mal also bleibe weiterhin in deiner stärke lass dich nicht von deinem weg abbringen weil andere vielleicht eine andere meinung haben weil andere deine vision nicht teilen weil andere irgendwie anders als du lass dich davon nicht irgendwie verunsichern weil ich habe schon das gefühl dass du dir ja du hast auch sehr viel weisheit und du siehst die dinge auch einfach anders als andere menschen und wichtig ist dass du die leichtigkeit irgendwie nicht verlierst das kann ja auch eine sehr starke schwere sein und macht ihr das leben nicht schwerer als es sein muss aber du hast auch gar keinen grund dafür weil das kleeblatt steht auch für die leichtigkeit und du darfst auch optimistisch sein und optimistischer vielleicht ja ich nehme wahr dass du sehr hart zu dir bist und dafür gibt es eigentlich keinen grund vielleicht hast du auch so ein ja ich nehme so ein imposter syndrom war dass du immer denkst dass du nicht gut genug bist dass du immer denkst dass andere besser sind dass du ja du hast irgendwie angst nicht wie soll ich sagen ich fühle es aber ich finde die richtigen worte nicht dafür wahrhaftigkeit präsenz es braucht mut ehrlich zu sein lapis stärkt dein selbstbewusstsein so dass du deine wahrheit offen äußert er lässt dich präsent sein und mit würde durch das leben gehen ja und das ist deine aufgabe das viel mehr zu leben das hast du in der vergangenheit vielleicht nicht so getan da hast du vielleicht dich immer eher angepasst weil andere eine andere wahrheit hatten als du und du wolltest dann irgendwie nicht auffallen aber ich glaube das liegt hinter dir und vielleicht schwankst du noch immer so ein bisschen aber behalte dir das auf jeden fall bei war das ist genau richtig dass du diese sicherheit in dir hast dass du diese stärke und kraft in dir hast und dir selbst aber auch das leben bisschen leichter macht und bleibt dir selbst treu es braucht halt öfters mut wenn man irgendwie eine andere meinung hat und deine wahrheit darfst du äußern auch wenn andere flächen andere wahrheit haben und zeigt dich mit all deinen seiten und ich glaube das machst du oder hast auch schon daran gearbeitet und das ist die bestätigung dass du hier auf jeden fall weitermachen sollst ja im hier und jetzt ich glaube die vergangenheit liegt auch hinter dir du hast da vieles aufgearbeitet bist aber auch im frieden mit dem wo du jetzt bist und das gibt dir auch die leichtigkeit wenn du dich immer wieder oder mal wieder verlierst in was wäre wenn oder ist meine zukunft sicher dass du dich immer wieder zurückholst und erkennst wo du gerade stehst dass du alles hast was du brauchst und dass es keinen grund zur sorge gibt und dass du aber auch nicht stehen bleibst dass du weiter gehst und nicht zu zögerlich entscheidungen triffst weil du irgendwie eine harmonie waren möchte ich glaube aber auch das liegt irgendwie hinter dir früher warst du wahrscheinlich sehr harmoniebedürftig hast immer eingesteckt oder zurückgesteckt damit andere damit du andere nicht kränkst oder andere sich nicht irgendwie von kopf gestoßen fühlen aber du hast glaube ich gelernt für dich einzustehen präsent zu sein und das wird hier definitiv belohnt jetzt ist es nur wichtig auch immer wieder in die leichtigkeit zu gehen vielleicht brauchst du erst mal diese übermäßige kraftvolle energie um aus dieser energie rauszukommen um dich irgendwie zu behaupten aber ich glaube jetzt hast du einen standpunkt erreicht wo du jetzt auch ein bisschen zur ruhe kommen kannst du weißt jetzt wer du bist und hast auch kein problem mehr dafür einzustehen und deinen weg zu gehen was sehr positiv ist hier haben wir noch die gedankenwiederholung und das beziehe ich hier auf wieder zu sehr in die vergangenheit zu gehen oder zu sehr in der zukunft zu leben weil da kreieren wir ängste und unsicherheiten die einfach nicht berechtigt sind und jeder kennt es jeder hat schon mal irgendwelche horrorszenarien im kopf durchgespielt und am ende hat sich das nie bewahrheitet aber man hat so viel energie und so viel panik irgendwie verschwendet für nichts und ich glaube daran darfst du dich immer wieder erinnern alles ist gut so wie es ist du stehst da wo du bist und das ist genau richtig so und jetzt geht es nur darum weiter zu gehen in dem was du gelernt hast und dich nicht mehr ja nicht in alte muster zu verfallen mäßige deine emotionen ja sei nicht zu aufbrausend gefühl dass es eher so eine innere energie ist eben wenn du zu sehr in der unruhe bist ich glaube das ist etwas was du mit dir selbst ausmacht ich glaube nicht dass du jemand bist der dann sehr aufbrausend nach außen wird ja wirkt ja doch wird und wirkt aber es kann natürlich bei jedem unterschiedlich sein der ein oder andere fühlt sich dann vielleicht sehr getriggert und ist dann sehr hart in seiner energie auch mit anderen aber ich habe erst gefühl dass es richtig dass du mehr für dich einstehst und dass du anderen auch eine grenze aufzeigst weil das ist das was du hier tun sollst und das was du nicht tun sollst ist dieses zögerliche immer schön die harmonie für alle waren und immer den leichten weg gehen damit es allen anderen auch gut geht wobei du aber immer zurück gesteckt hast weil das liegt hinter dir und das sollst du nicht mehr tun achte auf deine emotionen lass dich aber dadurch auch nicht dazu verleiten wie dein alte muster zu gehen das ist eher so das thema da haben wir den beifuß die amazone du hast du das gefühl dass dich deine umwelt deine mitmenschen ja sogar deine familie übersieht es ist aber vielleicht sogar so dass du dich selbst über sie ist du deine wertigkeit nicht wahrnimmst dann wird es zeit dass dir der beifuß zeigt wo deine stärke und kraft liegt okay und das ist ja genau das wir haben wir zwar mal den bären und ich habe das gefühl du bist schon ziemlich weit und hast es auch schon transformiert und ich glaube es ist immer wieder er diese erinnerung nicht in alte muster zu fallen wenn irgendwie eine sehr emotionale situation auftaucht erkenne sei im hier und jetzt hab lass dich nicht in alte muster verleiten und atme durch und erkenne wo du jetzt stehst und dass du da das bestimmte situation auch gar nicht mehr deine energie brauchen dass du aus bestimmten situationen auch einfach rausgewachsen bist das ist ja so das thema ok und hier ist auch diese balance geben und nehmen ja und in der vergangenheit die die wege sind ja auch die vage energie und eben es ist nicht mehr deine aufgabe übermäßig zu geben dass es anderen gut geht es ist auch du darfst jetzt auch mal nehmen und du bist nicht für jeden verantwortlich und ja hier ist auch das thema mut manchmal muss man einen großen schritt vorwärts gehen in kleinen schritten kannst du diesen dieses hindernis nicht überwinden und genau das hier mit den bären sagte auch das gleiche und der der reiter der auch weiter geht sich nicht aufhalten lässt weil man hier irgendwie angst hat eine falsche entscheidung zu treffen weil die entscheidung irgendwie negative auswirkungen für jemand anderen haben könnte aber es geht hier um dich und um deine präsenz um deine wahrhaftigkeit und da ist es wichtig sich selbst treu zu bleiben da haben wir die niederlage und den fortschritt besiegt werden resignation überforderung opfer eigener und fremder ansprüche neue zielsetzung gestärktes bewusstsein meilensteine ja und genau das ist das thema ich nehme die ganze zeit war dass das eigentlich hinter dir liegt du bist diesen schritt gegangen du hast dich aus diesen verstrickungen hier gelöst du stehst zu dir und deiner meinung und lässt dich nicht mehr fremd bestimmen und genau das hat dir diesen fortschritt gebracht ja und schnelligkeit das ist auch der reiter überwindung von missverständnissen und streben ja es ist eine sehr erfolgreiche und starke energie und genau dann kann das natürlich sein wenn du früher eher unsicher warst du es früher eher anderen menschen recht gemacht hast dann sind das genau und die menschen die davon profitiert haben werden jetzt sagen dass du egoistisch bist dass du nur an dich denkst dass du ein schlechter mensch bist aber nur weil du diesen menschen die ja die macht entzogen hast über dich zu bestimmen und die setzen sich jetzt in die opferrolle und das ist aber nicht dein problem du hast nur gelernt für dich einzustehen deine wahrheit zu sprechen und das hat dir jetzt ja diesen push gegeben und wie gesagt menschen die dich früher benutzt haben den gefällt das natürlich nicht und lass dich von denen nicht zurückziehen in alte muster du hast alles richtig gemacht du bist ja auf dem richtigen weg du hast diese innere stärke du hast diese kraft und das ist mega positiv und wenn du hier getriggert bist wenn alte emotionen hochkommen atme tief durch die vergangenheit liegt hinter dir du musst dich nicht mehr in diese verstrickungen reinziehen lassen und du kannst es komplett hinter dir lassen also für mich ist das so du hast diese diesen sprung gewagt das liegt hinter dir und du bist jetzt hier also eine sehr sehr schöne energie hier haben wir noch den flamingo finde balance wieder die vage energie wir haben für mich ist diese block balance immer wieder im hier und jetzt zu sein und nicht in der vergangenheit ja die empathen energie macht ihr alles sinn was ich eben gesagt habe wenn man sehr empathisch ist wenn man es immer allen anderen recht machen möchte das auch so gelernt hat hatte man höchstwahrscheinlich immer menschen in seinem leben die das ausgenutzt haben die das immer super fanden dass du für die da warst dass du es anderen immer gemütlich gemacht hast immer die balance gehalten hast immer für die harmonie gesorgt hast aber ich glaube dass erkannt dass du darunter gelitten hast und wie gesagt achte darauf was sind deine emotionen und das ist auch das wahrnimmst oder projiziert jemand was auf dich nimmst du irgendwas war von dem du dich komplett abgrenzen darfst weil es einfach nicht deine energie ist und hier kommt auch dieses dicke fell wo du ganz genau merkst dass meine energie oder gehört dass jemand anderen und dich davon abgrenzt und mit deiner energie bleibst hier aber noch herz der quelle allumfassende liebe bedingungslose akzeptanz und gelassenheit ja die gelassenheit die leichtigkeit ist du weißt jetzt dass du nicht für jeden verantwortlich bist du weißt dass du nur für dich verantwortlich bist und anderen menschen nicht die macht geben musst über deine emotionen zu bestimmen deine wahrheit zu verstecken nur damit es anderen gut geht und ja für mich ist das hier eine definitive bestätigung dass du auf dem richtigen weg bist und ohne erinnerung dass du das alles richtig gemacht hast dass du dich nicht wieder in die vergangenheit ziehen lässt von daher ist hier glaube ich alles gesagt und ich ziehe aber noch abschließend eine karte und dann lassen wir es hier so stehen wie du dein leben mit einer selbstverständlichen leichtigkeit lebt ist beeindruckend bewunderung schönheit ja jetzt haben wir noch mal das thema leichtigkeit und eben wenn jemand voll und ganz in seinem leben angekommen ist weiß wer ist was er will strahlte natürlich was aus wo andere vielleicht neidisch sein könnten andere versuchen irgendwas auf dich zu projizieren und dich aus dieser energie zu holen damit es denen besser geht weil die das weil ihr eigenes ego das vielleicht nicht ertragen kann dass du hier diesen sprung gewagt hast dass du ja es dir erlaubst dein leben so zu leben wie du es leben möchtest weil andere menschen sich das vielleicht nicht erlauben und ja grenz dich da gut von diesen neidern ab lass dich da nicht beirren das sind ihre themen damit hast du nichts zu tun du bist hier auf dem richtigen weg bleib in deiner energie bleib in deiner kraft und was soll ich sagen das sieht alles sehr sehr gut aus ich hoffe du kannst damit anfangen und ja wie gesagt oder wie ich es immer sage freue ich mich über deinen kommentar deinen daumen nach oben damit unterstützt du meine arbeit hier und ich sage danke fürs zu sehen und bis zum nächsten mal